Ich heiße Jasmin. Ich bin im dritten Monat schwanger. Es hat einmal jemand gesagt, dass alle Menschen in Freiheit und Gleichheit geboren werden. In der Welt, in der ich lebe, gilt genau das Gegenteil. Wer möchte geboren werden, um im Chaos und Hass zu leben? Ich habe mich entschieden, ihm das Schlimmste zu ersparen. Alex, los! Verschwinden wir! Gibt es noch ein Zimmer bei Ihnen? Jedes Zimmer ist frei. Na bitte, das ist unser Glückster. Abwarten. Du wolltest doch weitermachen, oder? Gų 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 ARD Text im Auftrag des ZDF, 2021